Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das deutsche Volk ist nicht mehr bereit, dafür zu bezahlen. Wir haben dem Gemüse durch einen mehrstündigen Kochvorgang jeglichen Nährwert entzogen. Das heißt, die Patienten verhungern, während sie essen. Mein Vater holt mich bald ab. Dann gehen wir zusammen nach Amerika. Herr Losser, ich glaube, in Zeiten wie diesen ist Ihr Sohn bei uns sicherer, als wenn er bei Ihnen ist. Nimm Sie mir nicht mein Jung, bitte. Ha! Du bist! Fang mich doch! Huch! Diese zehn Patienten erhalten ab heute, morgens, mittags und abends ausschließlich Gemüsesuppe. Die Suppe wird so lange abgekocht, dass sie absolut keimfrei ist. Braucht Sie das? Das ist eine schwierige Frage, wenn du das Doktor Falthausen fragst. Nein, ich frage Sie. Was ist denn? Die esse ich nicht! Ernst, setz dich! Eine Lebenslinie, die hört überhaupt nicht auf. Du musst noch zwei, drei Wochen durchhalten, dann komme ich dich wohl. Ich weiß, dass Sophia hat den Kranken geholfen. Und sie? Sie ermorden sie! Sie sind ein ganz gemeiner Lügner! Ein Verbrecher! Ein Mörder! Wir müssen hier weg. Und wohin sollen wir gehen?